Witzigkeit kennt keine Grenzen Witzigkeit kennt kein Pardon Denn nur wer witzig ist Weiter weiß ich nicht, echt nicht Ich auch nicht Oh Gott Patrick ey Wo ist fucking Overwatch das? Was? Willst du tanken oder heilen? Oder? Komm ich mach heilen Lass mich heilen Ich glaub heilen muss ich weniger machen als tanken Also ungefähr ist das so Genau Auffeilen musst du definitiv weniger machen Danke Eine ganz entspannte Runde Ok Leute Äh Warte Bolle Alter Genau Bolle Gott Ja neiii Hier Bolle Was auf Hier da steht schon ein Bäschen oben Ich schick dir jetzt über Whatsapp ne ne Bild Du musst doch so mitmach stream machen Sven Mitmach stream? So So Böhm ist unterwegs Ich weiß gar nicht wohin jetzt Alter ich hab ja gar nicht nur die Nummer von Bölle Sollte einer jetzt eine Nachricht bekommen von mir Es tut mir total leid der war nicht gefreut Was war ich wohl? Weil bei mir das vibriert Seid ihr im Partier vibrieren Wo bin ich denn jetzt? Wie hat der mich denn da runter gekriegt der Penner? Wo seid ihr überhaupt? Sollte du hast die Nummer Ja das Film jetzt gerade auch ein Bolle Ah ich hab's versucht Ich hab's echt versucht Ich hab alles zu gehen Hä ich war auf dem Wagen Der hat mich da runter getackt Nee warst du nicht Also nicht da wo ich da war Doch ich war auf dem Wagen Das ist ein Schlitz und Bäschen an der linken Seite oben Ein Bäschen Ja 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 Der tut weh der verteilt Schmerzen Oh oh was will der denn? Weil ich hier Musik machen anstatt Dennis Entschuldigung Entschuldigung Alter sorry aber ey jetzt ohne Scheiß ne Deine Mutter war ein Poster Was ist los mit dir? Boah wie scheiße bist du denn? Bam Dann wird mal eben hier gewonnen Ah ich doch nicht So warte mal jetzt muss ich erstmal Warte Ich geh mal das Pack ausschalten Ja mach mal den Bestchen weg Ja ich geh jetzt hinten rum Ich fühle mich das Bestchen im Game of the Match wird Äh Reinhard hat sich umgedreht Macht ihn platt Oh shit Er hat mich auch noch geerwischt Wo ist meine Heilung? Wo ist meine Heilung? Das krieg ich nicht heute Sven komm mit Geh lang Ah Der Sven hat doch grad hier gespielt Was ist denn jetzt hier los? Ja die sind direkt bei uns auf Spawn Ich kann nicht schieben wenn ich keine Ahnung hab Freunde Ich sag doch Sven wird direkt am Spawn weckauen Ok Ich komme Da läuft Mach Damage Mach Damage Jetzt ja BAM Ja Wumms Oh 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 Alter ne ich keine Chance Obendrauf Ja ja keine Chance Nee 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 Reaper du musst da hoch Äh Pascal Da hoch Ja Guck mal Oh shit da ist Sekten geschützt Scheiß ich bin fast tot Hm Schön Ja Alter hey Koch dich ein Scheiß Mh Oh bin direkt da und Ich komm überhaupt nicht aus dem Spawn raus Ich weiß warum wir verlieren Leute ich bin da oben auf dem Balkon Ich flankier die jetzt Ja man ich bleib bei Deadeye Deadeye ist guter Mann Ich äh Ich bleib bei Deadeye Mach was kaputt Deadeye Mach irgendwas zerstör was Vergewaltiges mach das kaputt Du hast mich sowas von an der anderen Seite Du sollst nicht wieder nach Hause laufen Was ist denn los mit dir? Alter Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich hab nicht zugekommen Alter ich bin wieder zuhause Alter ich bin wieder zuhause Oh ne Ich werd sofort weggefickt Prost Ich komm von hinten und werd sofort weggefickt von dem Wie schade Wie schade hab ich jetzt so einen geilen Typen Und der läuft nach Hause Ach was geil Wenn ich sterben will was soll ich machen? Nein sehr schön War sehr schön gemacht Wunderschön Hahahaha Das ist seltsam Du wirst mich jetzt verarschen Ey Wo bist denn du jetzt? Oh ne Ich hab Hahahaha Sorry Ey das tut doch mal gut Ich hab grad ein bisschen Bibi in den Augen Oh da kam meine Die Widomaker weg Oh Moment Oh Oh Ach shit der hatte seinen Ulti frei Hahahaha Hast du den Rest Pascal? Außer Reinhard? Hm? Hattest du den Rest? Da war nur Reinhard Ja ja den Rest hab ich auch geknallt Doch wo ist mein Tank? Montico ich warte auf dich Nur auf dich Ja Super Montico ich warte auf dich Egal ich warte auf dich Egal ich warte auf dich Ich bin jetzt hier am Eingang Ich warte auf dich So du kriegst jetzt die ganze Zeit den Friedemannstrahl War das beste Schnell Leute einer muss ran Ja ja Montico der Herzenbrecher regelt Und auch nicht Ja der hat mich gereist Ja ich war aber bei dir Wenn das ein Trost war Was zum Teufel war das denn da unten rechts? Hat das jemand gesehen? Hier schreben wir jetzt was er für einen Namen hat Hahahaha Oh man So willst du den Rest schon ein Highlight ne? Ja Boile kommst du online und du boostest mich in Ranked CS Games Ja? Jetzt! Ne Dead Eye Ne ich wohnte nicht für Dead Eye So leid es mir tut der ist nach Hause gelaufen Wie ein kleiner Schisser Es tut mir leid Hahaha Pascal da komm ich immer noch nicht drauf klar Ehrlich nicht Soll ich lieber sterben oder was? Der Wort ging an Kai aber der geht auf dich Prost Ehh Alter Belly ey Gleich ist die dritte Flasche leer Uhhh Willkommen im Team Hahaha Willkommen im Club Ja aber bei dir ist es wir ne? Viel zu viele ey Ich habe schon 3 Stück bei meiner Schwester getrunken Hahahaha Hahahaha Super das hat jetzt so viel gebracht Tennis Hallo? Der hinten war zu steil glaube ich Hahahaha Hahahaha Der war besser Hahahaha Jetzt zieh dir mal den an Boy Hahahaha 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 Ich habe dichs gesehen Ja süß Hey Arschloch Hahahaha Lachen Hahahaha Mhhhh Hallo Ohohoho This will be good Now just leave this here Äh, pass auf hinter dir gleich Pascal, hinter dir ist einer durch, zwei durch, drei sogar. Einen down, oh shit Tracer, ne Tracer hab ich nicht, hat hier hat sie Black Widow hinter mir die Scarlett Johansson weggehauen? Ja mich auch. Ey Leute, ohne Scheiß, ja, das funktioniert so nicht. Hallo? Ja, bist du noch da? Das funktioniert so nicht. Ich bin ja ja top der Match-Dealer und ich krieg hier keine Rückendeckung. Ich hab mich verlaufen. Und ich hab nur noch ein 1.5 Flaschenbläser voll hier. Alter, die bewegen sich viel zu schnell jetzt nach meiner Matrix. Alter. Ja. Haha, ich hab getroffen. So, Wall Egg läuft. Meine Freunde, macht's besser raus, ich wünsch euch viel Glück. Boah, ich hab auch nichts treffen. Links, alle, links, alle, links. Ich bin, äh, äh, Erwerber. Ach, die hat die Rolltie ausgelöst, die blöde Kuh. Ach, die hat die Rolltie ausgelöst, die blöde Kuh. Da kommt ein Lucio, du blöde Kuh. Sven, bist du mal wieder näher? Sven? Ja? Bist du mal wieder näher? Ich bin, weiß ich nicht wo. Ich hab, ich verklopfe hier alle. Ich. Unten, links ist noch irgendwas. Nice. Äh, Merci. Sniper unter dem Bogenturm. Oh, Silureta ist auch noch da. Der halbe ging auf Silureta. Der, der, der Zwittle ging auf Silureta. Und der ganze geht auch noch auf Silureta. Prost. Ich schieb die Scheiße wieder zurück. Hier ist ein Genji. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich hab' den Lern. Ja. Wollheck kommt jetzt. Nice, konnte ich gebrauchen. Ja. Ja, ja. Ich hab' den Lern gehabt. Haha, Easy, Alter. Wo ist denn der Lern? ja links kommt einer links von hinten gleich links oben ist immer noch der Ninja Tracer ist hier irgendwo ja ich bleib in mittlerer Distanz hier hat mich verkloppt von hinten aufpassen ich glaube das war den Tracer boah 16 Sekunden noch alter da muss ich auch scheiße Sniper von hinten Sniper von hinten Bibo Bibo Black Hawk Down was, was ist, was ist, was ist los Leute, 10 Sekunden zieht durch ich weiß, es ist schwer ohne mich aber Vorsicht, letzte Draco three das war unser Draco four Das war unser Rei, wo ko ko, tege, dir und ich schlag die Türkei was gera ich wollte erst japanisch sagen, dann hab ich den Text vergessen und hab es einfach so gesagt Irgendwas mit der Türkei Sache! Irgendwas mit der Türkei Sache! Nice Dennis! Guck mal, wo die Torbjörn gestillt hat! Boah, jetzt bin ich aber entspannt jetzt. Aber eine krasse Action hier! Ich kann jetzt nur in... Das war's?! Ich bin so in... Ohne Scheiß! Okay, ne ne, der Zweite hat's gut gemacht. Ne, muss ich sagen. Aber Kai kriegt es jetzt, weil Dennis nicht aufgeführt wird. Aber der Zweite hat es gut gemacht. Der Erste hat nur einen erwischt, die Ulti. Die Ulti hat zwei erwischt. Aber danach habe ich noch drei weitere getötet. Aber das sieht man ja leider nicht. Ne, bin ich gerechtfertigt. Absolut in Ordnung. Ich danke dir, Sven, mein Freund. Gerne. Also das muss ich ja... Ich bin zwar... Ich bin zwar vollkommen... ...betrunken. Vollkommen deiner Meinung wollte ich sagen. Aber ich hab grad die beiden...